A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahi rrahmanir rahim. Beim Vormittag und bei der Nacht, wenn alles still ist, dein Herr hat dich weder verlassen noch verabscheut. Wahrlich, das Jenseits ist besser für dich als das Diesseits. Und wahrlich, dein Herr wird dir geben und du wirst wohlzufrieden sein. Hat er dich nicht als Weise gefunden und aufgenommen und dich auf dem Irrweg gefunden und richtig geführt und dich dürftig gefunden und reich gemacht? Was die Weise angeht, so unterdrücke sie nicht. Und was den Bittenden angeht, so fahre ihn nicht an und sprich überall von der Gnade deines Herrn.